hallo ja hallo willkommen zurück hier und die Karten das ist glaube ich schon die siebte Folge oder so oder sechste ich habe ich nur eine Karotte rausbekommen die andere Untergefallen vielleicht war die nicht fertig ich glaube war die fertig das ist ja blöd so hier ist ja Wasser da muss ich den Stein mal ach ich habe gar nicht mehr Zeit so gleich bin ich bei der anderen Insel da ist gut oha der baut sich da Zuckerrohr an ich will mehr Diamanten ah oh oh Gott das hat ziemlich geleckt was hat denn hier noch ein Schild drin ich glaube die privaten Kisten dafür weil ich bin glaube ich noch andere weil der baut jemand Zuckerrohr an habe ich so gerade gehört im Hintergrund ja und ich glaube man kann sich kann nichts zu gehen anderen Inseln man wird zurückgebammt mh ja du musst auch hier weiterbauen kannst du das ja ja ich konnte nicht weiterbauen ich wurde zurückgestoßen ja gerade jemals auch ziemlich geleckt weil ich wollte die Kiste öffnen und dann und dann ging es nicht komisch ja es wird auch manchmal sein mh 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 ich baue mir mal hier so eine kleine Fläche hast du Pfeil und Bogen? Nein, ich hab schwer ok das heißt Cut, Glass, Oro, Rock hast du immer noch Piraten Englischer? ja ok dann baue ich mich jetzt hier so nach und nach nach oben vielleicht geht das schneller nein, zumindest sicherer ist es bestimmt ich hab ne Leiter aha ist ja gut hm ich find's auch sehr gut diese Stille sie erdrückt uns hast du noch Steine jetzt? äh nein, ich hab keine Steine schade wäre sinnvoll gewesen weil ich hab auch keine mehr ich bräuchte welche ne, ich hab auch keine Spitzöcke oh ach ja hier, ich geb dir eine nee so wir haben das noch Holz ja was, was baust du da? ne Brücke zu anderer Insel hier etwas Sinnvolles ja, genau ja total oh nein, es wird wieder Nacht muss das sein? ja ja ich will nicht ich will nicht guck 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 ok toll was denn was denn nichts ey der Erd, der bleib hier so, ich seh das Skelett ist an das ich nicht an das ich nicht reinkomme es versteckt sich und tschüss 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 so, jetzt bin ich gar nicht mehr da leider verdammt ah wir haben wieder wir haben wieder die Melone ja aber den Kürbis nicht aber den brauchen wir eh nicht Kürbis kann man ja nicht essen man kann Kürbiskuchen machen boah toll der hält vier Stück ja gut so viel wie gebratenes Fleisch und ist dafür gesünder das spiel ich hier in Minecraft auch eine große Rolle wie gesund etwas ist ja auf die Ernährung sollte man immer achten so man leckt das wie lange ist unsere Folge schon äh sieben Minuten ok ich kann nicht auf den Crafting Table zugreifen bei mir leckt es sehr die Kiste ist auf u Entschuldigung ist dunkel es steht auch nichts mehr im Chat ein eindeutiger Beweis ja ich bin rausgeflogen ja Timeout Exception bei dir auch? nein komisch hm jetzt kannst du hier erstmal lecker essen oh Zombie, Zombie, Zombie weg, 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 weg ok ich hab ein Schwert so äh genau ich sollte Leiter machen hat ein Gehirn getroppt und einer ist es runtergefallen ich hab Level oh ok ich hab ich hab ich hab ein XP ah da stand irgendwas im Chat you were, we watched 10 XP for killing a zombie wow wieso brauchst du hier so was komisches mit riesige Plattform damit ich falls ich runtergeschossen wäre nicht gestorben wäre oh nein da hinten ist eine Spinne so hier ist noch eine Kiste ich baue mal hier hinten alles ab ne was denn was wird so ab und die Erde können wir haben brauchen ich baue alles ab hier und Sand ja genau zusammen und äh für äh Zuckerrohr weil aus Zuckerrohr kann man Zuckerrohr das kann man für einen Kuchenschwetter gebrauchen genau falls wir mal Hühner haben was ich nicht glaube oder wofür kann man auch Zuckerrohr bauen keine Ahnung für Tränke aber wir kommen nicht in den Nether weil wir keinen Obsidian bekommen sei denn wir klauen so viel sei denn wir klauen so viel ja gut Lover Eimer dass wir irgendwann Obsidian bekommen ey wenn du von unserer Insel auf die andere kommst und nach rechts guckst da hat auch jemand schon was gebaut ja ja cool dann können wir da auch noch hin der Brücke gebaut ok ich würde sagen wir machen hier einen kurzen Cut diese Folge etwas kürzer dann können wir die nächste Folge etwas länger machen so weil es Essen bei uns gibt lecker mhm ok sehr gut dann bis zur nächsten Folge und Darkfalls1234 ist now RFK das ist eine wichtige Meldung wir sehen uns dann beim nächsten Mal und Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020